Hallo Leute, herzlich willkommen auf Fettsack probiert. Ich muss euch sagen Leute, dieses Video ist völlig ungeplant gewesen. Ich bin mit meinem Freund Murat unterwegs gewesen, um eine richtig geile Hype-Tour für euch aufzunehmen, also Hype-Spots auszutesten. Es ist aber übel ausgeartet. Wir waren bei einem Laden, der heißt Josef, die verkaufen so übergeile Wings, so mariniert und so überlecker sein. Und plötzlich haben wir einfach die ganze Speisekarte bestellt, plus noch einfach einen Wing mit 500.000 Scoville. Wir haben ordentlich geschwinzt und es wurde auch scharf, gleichzeitig aber auch lecker. Und irgendwie wurde draußen ein ganzes Video. Fute mit Murat wird auf jeden Fall noch kommen, da lernt ihr noch besser kennen. Ultrasympathisch, werdet ihr gleich ein Video sehen. Kleines Extra-Video einfach am Donnerstag, Dienstag um 18 Uhr kommt dann wieder das reguläre Fettsack-Probiert-Video. Heute lasst jetzt gerne mal ein Like da. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Klopfen. Der ist in Harburg gelandet, wunderschön mit Murat noch zusammen, weil wir jetzt zu Josefs gehen. Das Coole ist, Murat wollte Josefs probieren, schon lange. Ich allerdings auch. Das ist ein Laden, der verkauft Wings. Und nicht so jetzt einfach so typische Wings, auch nicht KFC-artig. Sondern es sind Wings, die verschiedenen Dips oder Soßen eingelegt sind, mariniert sind. Super viel, also ich glaube, die haben sechs, sieben verschiedene Versionen von Wings bestellt. Es dreht sich sehr viel um Chicken Wings. Ja, und ich weiß nicht, warst du schon mal in Amerika? Ja, ne? Nee. Lustigerweise in Boston, und ich hatte die besten Wings meines Lebens. Die waren eingelegt in so einer, ich weiß nicht, was so eine Soße war, so Knoblauch-Honey oder so. Oh mein Gott, ja. Das war geisteskrank. Und seitdem habe ich in Deutschland nie gesagt, dass ich Wings gegessen habe. Und dieses Konzept, muss man auch sagen, ist in Deutschland nicht wirklich groß. Weil ich glaube, Wings sind nicht so beliebt. Wir kennen halt das Fried Chicken von KFC, aber so Wings im Klassiken ist, glaube ich, nicht so anerkannt. Ja, vor allem so mit verschiedenen Marinaden kriegst du halt nirgendwo. Genau, aber jetzt kriegst du es bei Josef. Josefs, und das Coole ist, guck mal hier, rechts Murat, hier kann man direkt schon beobachten, was es alles hier gibt. Es gibt ja auch Hot Factor, also sprich Spicy Barbecue zum Beispiel. Es gibt sogar Fire. Die Wings sind Fire. Die sind Fire, es gibt sogar Hawaii. Aber es gibt auch Louisiana, Sweet Chili, Lemon Pepper. Ich weiß nicht, ob Lemon Pepper dir was sagt, ne? Das habe ich auf meinem Pommes damals gestern in Amerika, und das war so geil. Arlie Pommes an, das ist auch sehr geil, aber ich muss aber sagen, Honey Barbecue ist für mich überkrankt. Ranch Soße habe ich in Amerika erst im Deck, und ich fand's scheiße. Ich bin, ey, bitte, das ist nicht schlecht, bin ich. Ach, du hast noch nicht gegessen? Nein, noch nicht. Ach so, ich weiß nicht, schmeckt irgendwie nach Ranch, aber ich kann's nicht beschreiben. Nach Pferden. Nach Pferden. So, Murat hat sich gerade wirklich eine Cola Zero bestellt, zu einem scharfen Essen. Du hast dir ein Wasser geholt, das ist mindestens genauso schlimm. Nein, 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 ohne Kohlensäure. Die Kohlensäure macht die Schärfe schlimmer. Stimmt, das normale Wasser verteilst nicht, hast recht. Okay, wir bestellen uns jetzt gleich einfach von allem so ein bisschen was, und wir bestellen uns den richtig scharfen, dieses Fire, wo angeblich deine Mutter kommt. Also der wird krass sein. Da oben könnt ihr ihn sehen, der soll extrem reinknallen. Was sagst du im Fire, freust du dich drauf? Du magst ja scharf, meinst du? Ja, weil ich, also, kennst du diese, diese super, super scharfen Rahmen, dieser schwarze Packung mit Flammen? Ja, natürlich, ich hab's schon wie erst. Die, die haben mir so, mein Mund wird taub davon. Ja, der wüsste da heulen. Geil, freu ich mich mal. Das ist echt so, ich mach ein, freu ich mich mal. Ach so 500.000, das ist okay. Boah, das ist das, das ist das, das ist das, das ist schon richtig krass, 500.000. Wie viel hast du, Tabas? Tabas wird 8.000? Ja, Hardcore, traust du hier wirklich nur 500.000 zu essen? Erst dir nur einen, du musst dir nur anlecken, ich erst den Rest. Ich, ey, ich zieh durch, ich zieh, ich gebe die Hand drauf, ich zieh durch und ich schnuck auch runter. Nein! Boah, das ist krass. Und dann, weißt du was, extra spül dich mit Cola, 700. Ja, weil wir so sterben, ne? Du willst von jedem Wing, 1, 2, 3, wie viel Stück jetzt haben? So ein, also zwei, damit wir uns teilen können, weißt du? Buttersoße, ne? Okay. Marmesan. Und dann wie auch in Amerika, ne? Dann mach ich nie, ist das quasi so. Kann ich mal fragen, wenn's okay ist, kann ich nicht filmen, ist das okay? Ja, natürlich. Weil ich, du hast ja eine Story, glaub ich, erzählt, dass du einen Austausch, Austauschjahr hattest oder sowas in die Richtung? Nee, ich hab Verwandte da und ich war, äh, nach meiner Schule war ich zwei, zwei Jahre da. In Amerika oder Kanada? Genau, Kanada. Und da waren die Wings so krass, dass du gesagt hast, hey, das ist ein geiles Konzert, das bring ich nach Deutschland. Ja, ich bin so ein Wings-Liebhaber, ne? Ich liebe Wings. Mhm. Liebe Wings. Und in Deutschland kannst du ja nur dieses KFC, ne? Ja, du hast mir ja genau gerade selber erzählt. Ja. Aber hier, also in Amerika gibt's ja überall. Also überall Wings mit verschiedenen Soßen, weiß ja, mit Buffalo Wings. Genau, genau. Und das brauchen wir hier auch. Hier ist zu Hause immer welches, aber du kannst es nie, nirgendwo kaufen. Mhm. Das ist das Problem. Und dann kam das Konzept, dass ich gesagt habe, pass auf, ich mach das jetzt. Auf jeden Fall. Würdest du sagen, ich will, du musst gerne zahlen, aber lohnt es sich, also läuft es? Also, nimm die, nimm die Deutschen, der Deutsche mag das an, so gesagt? Ja, seit ein halbes jetzt hier, ein halbes Jahr. Und wird angenommen, auf jeden Fall. Weil ich find's geil, ich hab, ich hab's immer in Deutschland gesucht, nie gefunden. Ja, das stimmt. Also wirklich. Ich hab's auch immer gesucht, aber nicht gefunden. Ja, geil. Ich hab's nicht gefunden, aber mach ich selber. Ja? Also, ich muss echt sagen, Murat und ich waren überhäuft. Also, der Laden war super nett, also sehr, sehr korrekt, alles super lieb. Wir haben drei Tüten voller Essen bekommen, was natürlich super lieb ist. Ey, das wird wahnsinnig. Wir haben zwölf Wings mit verschiedenen Geschmäckern, also wir haben, glaube ich, 22, aber für jeden einen im Ding drin. Und jetzt kommt der Bonus. Einer davon, das auch beschriftet, hat 500.000 Skowid. Und Murat hier lacht ein bisschen, so, ja, ja, komm und so, aber das ist wirklich krank. Also, 500.000 ist schon sehr, sehr hart. Nudeln, falls ihr interessiert, haben nur 10.000. Aber, nein, Quatsch, wir haben safe mehr. Die haben nur mehr, wegen der Masse. Wirklich, die sind eigentlich nicht so krank. Die haben nur 10.000, sie haben nach, lest nach, ich schwöre, richtig online. Hinten auf, auf Ding noch drauf, auch wenn's koreanisch. Also, das steht da wirklich. Ich hab eben gerade im Video so richtig großkotzig gesagt, dass ich das essen werde und deinaus trotzdem noch mit Cola-Seo rein spüren. Nein, nein, das machst du nicht. Wir haben so eine Milch, wir hätten Milch kaufen sollen. Ja. Lass gucken, wie schlimm es ist. Ja. Okay, nachdem wir gestern haben, hier ist mal Handschuhe, damit man nicht schmutzig wird. Geil. Das ist eigentlich schlimm, dass man nur mit Händen isst, also allgemein. Händen, ich würd essen deutlich besser. Ja, das find ich auch. Ach komm, wir stehen, wir stehen ganz gut. Wir haben so viele Handschuhe, wenn wir noch 5 Leute essen, denn wir sind nicht zu zweit. Kennst du das, wenn du essen bist, dann packen wir so mehr Stäbchen rein oder so? Und dann denkst du dir so, Digger, ey. Ja, genau. Okay. Die Handschuhe find ich auch schon schön. Die sind aber auch geil, die Handschuhe. Das ist aber auch in Amerika wirklich so. Das hat wirklich das amerikanische Konzept richtig aus Deutschland gebracht, was ich ja cool finde. Oh, wollen wir mal entspannen anfangen. Honey Barbecue Teriyaki. Geil. Wo sind die Dips eigentlich? Wir haben noch Dips bekommen, das Besondere haben wir ja gezeigt. Das ist, glaube ich, Blue Cheese. Ja. Oder Ranch. Ranch und Blue Cheese sieht wirklich ähnlich aus, muss ich sagen. Oh, das ist, glaube ich, Blue Cheese. Ah ja, du hast die ersten. Okay, das sind die. Die sehen schon geil aus. Die riechen aber auch stark, ne? Das sind noch mehr. Guck mal, hier hinter sind noch andere. Ah, Teriyaki und Handel. Das ist mal Teriyaki auf nett anfangen, weil ich glaube, ja genau, süß, weil das wird, glaube ich, nicht wehtun. Die Händen fühlt sich so glipschig an. Ich fühle mich auch gerade wie so ein Doktor. Geil wir reinbeißen? Cheers. Let's go. Mh, du musst doch ehrlich sein, ne? Auch wenn du nett warst. Das ist mal nicht der Geschmack, sondern der Wing, der ist geil. Wing ist super geil. Ich fand Teriyaki noch nie so geisteskrank, sage ich dir einfach mal ehrlich. So einem großen Ganzen. Teriyaki-Fan. Ja, okay. Die schmecken nicht schlecht und die ist so so soja-lastig. Ja, das stimmt, das stimmt, stimmt. Aber an sich ist kein schlechtes Ding, aber es ist ein guter Anfang. Jetzt gehen wir rüber zu einer schärfen Version direkt. Der wird über den stört. Was, Klaus, passiert immer in der anderen? Keine Ahnung, der muss mich irgendwie tragen oder so. Die sind halt auch so richtig saucy, ne? Guck dir das mal an. Warte, ich hau nur mal kurz in die Kamera. Die sehen, die sind richtig saucy. Ey, die haben es richtig raufgeknallt. Ja. Boah, da seht ihr ja sie. Obwohl, der sieht auch ein bisschen böse aus. Ja, schon. Cheers. Gucken wir mal. Habanero, ähm, Honey. Oh, der ist geil. Das ist aber mehr Barbecue als Honey. Das finde ich schade. Ich hätte es gern andersrum gehabt. Aber merkst du diese Essig-Note? Ja, der hat doch gesagt, der hat doch erzählt. Voll geil. Ich finde es eher geil, diesen Barbecue-Fluss so ein bisschen. Ich mag Essig nicht, aber finde ich voll geil. Passt da gut rein. Wir haben hier, oh, Garlin, Pepper, Ronin und Lemon Pepper. Oh, das ist Lemon Pepper. Oh mein Gott. Genau das hier. Lemon Pepper, ich weiß gar nicht, wie ich beschreiben soll. Ja, Lemon, also Zitrone, Pfeffer halt. Zitrone, Pfeffer. Ach, ich mach, ich mach. Oh, ja, ja, genau. Oh, dieser Zitrone-artige Krochner. Oh, der ist geil. Ich bin gespannt, ob du zum Geschmackssagen wirst. Hau mal rein. Cheers. Genau, dip mal in die Soße rein. Aber nicht graus, sonst fokussiert er. Ich fühle mich ein bisschen Ars im Eck da rein mit den Handschuhen, Digga. Ich bin gespannt, ob das Ranch der Blue Cheese. Boah, das kann man. Kurz zum Lemon Pepper, bevor ich den hier esse. Ich sag dir ehrlich, ich hätte mir einen intensiveren Geschmack gewünscht. Ja? Noch mehr Lemon, noch mehr Pepper. Ja, noch mehr ins Maul. Das war mir ein bisschen zu wenig ins Maul. Weil ich wurde ja echt in Amerika völlig kaputt gemacht. Guck mal, wie... Oh mein Gott, ist der fertig. Alter, der ist so... Oh, das ist hier Knoblauch-Parmesan. Ja, genau. Weißt du, hast du es mich gerade so heiß gemacht? Hier mal rein zu dippen, ne? Mit Parmesan und... Knoblauch. Knoblauch. Lass reinhauen. Geil. Rein. Du hast so eine butterartige Knoblauch. Und dann halt natürlich noch den Parmesan so ein bisschen. Aber das Knoblauch ist so... Das Chicken ist butterzart, ne? Ja. Erstmal, Props zu Chicken, das ist super. Bei allen gewesen bis jetzt. Ja. Seid mir ehrlich, wie ist es ohne Knochen? Mit Knochen ist geiler. Ich finde ohne, sag ich ehrlich. Mit Knochen ist geiler. Können wir in die Kommentare schreiben, ob ihr besser Bowles findet oder mit. Ich muss sagen, ich finde besser ohne. Jetzt, das waren alle vier lecker. Wie kannst du Ports Handschuhe eigentlich nicht kleckern? Ich weiß nicht, dass es möglich ist, aber... Boah, ich stelle dir ehrlich vor, ne? So ein richtig geiler Art mit Filmen und dann diese Wings. Ja, safe. Wir haben jetzt Sweet Chili und Buffalo. Buffalo ist ja dieser besondere... Oh, die fließen. Ich weiß nicht, ob man es so sieht, aber ich hoffe, es ist eine Suppe, Alter. Lass mal Sweet Chili machen, weil ich glaube, Sweet Chili ist so geil wie Buffalo. Ja, ich glaube, Buffalo wird geiler. Oh, ja. Oder können wir mal scharf werden? Ne, die riechen mich so wie so eine normale Sweet Chili-Soße eigentlich. Und ich weiß, welche Soße nehmen sollt. Damit kannst du gehen. Den hat ein bisschen die Sweet Chili vom Chicken Burger. Kennst du die? Ja, genau. So ein bisschen in mich dran. Aber lecker. Sehr. War ja auch geil knusprig, trotz Soße. Jetzt kommen wir zu Buffalo. Meine Freundin hat einmal aus, dass ich gesagt habe, Buffalo. Buffalo. Fand ich auch lustig. Buffalo. Ich bin gespannt, was du sagen wirst. Ich auch. Was ist das für eine Note? Essig. Weil hier schmeckst du es richtig krank. Geil aus, ne? Ja, ist ja echt gut. Oder weil ich tippe auch mal ganz frech rein. Ja, die Haut geht ab. Oh, das sieht echt so schweinig aus. Boah. Was ist das für eine Soße? Die ist ultra. In der Laden ist so amerikanisch. Wow. Ich fühle mich wie in Amerika. Aber ich finde Buffalo gar nicht so besonders, wie ich dachte. Ich dachte, Buffalo knallt von der Schärfe ein bisschen mehr rein. Da haben wir vorhin über gesprochen. Ich glaube, es ist halt sehr schwierig, so original scharfe Gerichte anzubieten. Weil du hast ja auch viele Leute, die keine Schärfe abhören. Und für uns ist jetzt bestimmt so, ja, okay, ein bisschen Essig, ein bisschen Tomatengeschmack, nicht so scharf. Ich glaube, wenn du keine Schärfe abkappst, fanden die schon rein. Das meine ich gar nicht. Ich meine, der Grundgeschmack, der fand ich gar nicht. Ach so, dann schau ich noch mit. Nein, nein, nein. Das war ein guter Einwurf. Aber ich finde die... Ach, hier, der Geschmack ist besser. Ich sage dir ehrlich, so ein bisschen. Aber es wird immer heißer jetzt, weil wir kommen näher zu dem Schlierpissen. Alter, ich muss so schwer verkommen. Oh, Nero, jetzt wird es heiß. Habanero. Du siehst ja noch Rap, Mango Habanero. Ja. Der hat den Fire sogar in eine extra Packung gepackt. Das ist ja cool, ich bin gespannt. Ihhh, was ist das denn schönes? Das ist Mango Habanero. So weich, dass es abgeht. Habanero sieht unendlich lecker aus. Könnt aber schwach jetzt werden, Murat. Ich bin gespannt, was das sagen wird. Ich auch. Viel Spaß. Danke, gleichfalls. Oh, Mann. Oh, geil. Kommt bei dir gerade nicht die Schärfe? Doch. Oh, der, der, der. Ja, ich bin schon ein bisschen scharf. Ich hab, glaube ich, echt gemuppt mit Schärfe. Ich kann Schärfe ab. Ja, hast du. Boah, der ist, ich finde echt. Boah, du isst den sogar auf. Du bist ein Mann. Boah, ich finde den schon. Also, es geht noch alles, aber ich merke, der kommt so, ne, so ein bisschen so. Ich will den feierlich essen, glaube ich. Ich habe Angst gerade bekommen. Ey, der Mittelscharfe, ne? War den jetzt? Nee, das ist der, ich glaube, das ist der dritte Schärfste. Okay, Manni, oder? Ich komme vor, dass das eher scharfes Gewürzhaus drauf ist. Ich finde den schwächer als Habanero von der Schärfe, ja. Ja, finde ich aber auch, der ist oft schwächer. Aber geil, gut. Och, scheiße, ich habe gar keinen Bock auf den Schärfen, Digga. Aber der wird so klein. Du schwitzt auch ein bisschen. Ja, ich schwitze jetzt schon, aber das Auto ist auch übel heiß, Digga. Guck mal, eine Scheibe. Okay, ganz ehrlich, kann man machen. Der berückt mich zum Weinen. Kann man schon mal jetzt sagen, das ist ein, macht Bock, der Land? Voll. Der Land macht voll Bock, ja. Maxi Barbecue ist der zweitschärfste. Aber Hawaii finde ich jetzt mal interessant. Ist das so ein anderes Ding, oder? Ja, die Frage ist, wer sicher ist, mich. Der denkt, das sieht richtig böse aus. Kannst du mal zeigen. Oh, das fängt an, das fängt an. Wenn du Penzer aufmachen willst du das? Riech mal, riech mal. Oh, ich weiß, was du meinst. Dieser Geruch ist schon so scharf, dass es weh tut. Und du willst den Feier essen? Ja. Ja, viel Spaß. Also der Link sieht richtig böse aus. Lass dem rechten anfangen. Das ist Hawaii. Aber der riecht doch nach Hawaii. Der riecht wirklich nach Hawaii Pizza, ich schwör's dir. Der riecht einfach nach Lido & Stitch. Oh mein Gott, sorry. Boah, ist so eine Entspannung in den anderen zwei gerade. Man muss die Süßnote mögen. Ich glaube, Leute, die Pizza Hawaii lieben, wenn die lieben. Ich will mal reinbeißen, wir gucken erst mal. Zieh durch. Okay, dann nimm einen. Das ist nicht der Feier, ne? Nee, der Feier ist in einer extra kleinen Packung. Oh Gott, oh Gott. Gut, das war schön, wenn ich gerne lern's habe. Gleichfalls. Das ist halt so unendlich viel Barbecue. Aber die Schärfe kommt ein bisschen gerade bei mir. Aber nicht so extrem beim ersten. Ich fand, ohne scheiß Mango-Habonnieren. Ja, fand ich auch schärfer. Ich muss das machen, weil ich da fühle mich unglaublich Amerikaner. Das ist ein Barbecue-Wing in diese Soße. Oh mein Gott, scheiße. Ja, das passiert, das passiert. Oh, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich sag dir ehrlich, so ein bisschen im Nachhinein kommt doch noch die Schärfe. Ich hab, glaube ich, ein bisschen zu Muck gemuckt gerade. Aber nicht so krass bei den anderen zwei. Die anderen zwei waren Knaller. Kann ich auch. Holt sie ihn raus. Wo geht's raus? Holt ihn raus. Hört auf wie so ein Daytender. Wo ist sie denn raus? Ah, guck mal, wie süß das aussieht. Oh mein Gott. Ist halt trocken, ne? Der ist trocken. Genau, aber der Chip auch trocken. Da war auch keine Soße drauf. Oh, Murat, das wird so scheiße. Oh, der riecht, der riecht, oh nee, der riecht genau wie der Chip. Der riecht genauso böse. Du musst es wirklich machen. Müssen nicht, wir können doch drauf scheißen. Nö, ich zieh durch. Okay, nimm mal einen. Ich nehm eine Hälfte nur. Ich beiß leicht ab. Ich mach die Hälfte. Ich zieh, komm wieder durch. Nein, nein, hör auf, ehrlich. Das geht ja nicht. Für was? Nein, nimm erst mal die Hälfte. Einfach fürs Thumbnail. Nein, ich mach ein anderes Thumbnail. Jetzt schon. Tschüss, nirg. Willst du wirklich machen? Cheers. Komm. Du am Schwitzen. Ja, ich schwitze so extrem. Viel Spaß, mein Gott. Oh, oh, oh. Das ist der Chip. Das ist der Chip. Das ist genau die Konsistenz der Chip. Der Schwitzt ist so heftig, ne? Guck dich mal in mein Gesicht. Nicht schwitzen. Okay, die Soße ist eine schlaue Idee. Aber mach nicht. Ey, dann killst du dich. Wer jagt dich. Oh, Junge. Wie kann man so schwitzen? Wirklich? Also bis jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, es tut weh auf der Zunge bei mir. Richtig krass sogar. Aber es geht gerade. Nein, hör auf, nicht Echsen. Bitte nicht Echsen. Hör auf. Oh, der hat doch schon weh. Das tut schon sehr weh gerade. Die Zunge tut richtig weh. Was mich richtig bumst, ich wollte mit dir einfach nur Food Hotspots testen. Einfach aus Spaß. So, hey, wir haben eine gute Zeit. Ach, Schlecken. Warum machen wir das? Keine Ahnung. Also, Feier. Oh, doch, der kickt. Ja, ja. Feier ist schon nicht ohne. Ich würde sagen, wenn du mit Schaf nicht umgehen kannst. Tot. Ja. Tot. Es wird aber schlimmer gerade bei mir. Bei dir? Meine Zunge pocht langsam. Wasser. Das macht es noch schlimmer. Kein Wasser? Nein. Okay. Eigentlich musst du den Coleslaw einfach packen. Ja, stimmt. Darf ich den Coleslaw da? Ja. Mach ich auch. Oh, das ist schon. Hast du eine Gabel? Ja, ja. Die ist scheiße aus, ne? Aber es ist nicht so schlimm, wie ich aussehe. Ich mach mal, wenn es so auskommt. Ey, was dreht mich hier. Digga. Oh, das Schlucken ist eklig. Oh, das Schlucken ist eklig. Ich esse mal den Coleslaw. So schlimm? Nein, nein, nein. Aber das Schlucken ist eklig, weil du schluckst dann diese Spucke runter und du schluckst es ja scharf. Oh, ja. Warte, weißt du, was blöde Bescheuere von mir ist? Ja. Hier ist alles, warte, ich hab das Spiegel im Ranzen. Im Ranzen? Ne, links hier. Extra, wir sind auf diese Notfalle. Dann fällig kacken wir spontan. Nice, Razzle. Wow, ich bin so abtrieben. Okay. Länger Video. Aber das ist einfach nur ein Aufstände im Video eigentlich geplant. Ja. Oder weiß ich nicht, was machen wir jetzt? Ich hoffe, das ganze Video. Ey, Murat, Hilfe. Ich bin so nass. Ey, fasst das nicht an, wenn du die... Ich hab mir mal in die Augen gefasst. Ich bin super dumm von mir gerade auch. Mach bitte deine Hände, komm mit ins Wasser sauber. Ich muss sagen, ich hätte mir gerne beim Honey da... Einer war mit Honey. Aber da hat man die Honey kaum geschmeckt. Da hätte ich noch mehr... Aber da hat er mehr auf die Barbecue, glaube ich, gesetzt. Hätte man da aber noch... Ich bin der Honigmann, ich will was Süßes haben. Ich hätte mir viel mehr noch diese Süße reingeknallt. Ansonsten war es halt ultra geil. Ich verlinke alles von dir einfach. Wenn die Leute mal kam, bitte das Beustellen. Danke, dass ihr dabei war. Bis dann, lass ein Like da. Na, war kacke. Moment, lass ein Like da, ein Abo-Kanal. Und wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Tschüss. Kommentieren auch.